Ein herzliches Bonjour nach Berlin, Eva Quattbeck von der Rheinischen Post, grüß Sie. Guten Tag. Also die Linkspartei, da müssen wir erstmal ganz kurz drüber reden, wie steht die eigentlich momentan da? So richtig steigen tun die nicht, oder? Nee, also eigentlich können die schon froh sein, wenn sie bei der nächsten Bundestagswahl das verteidigen, was sie im Moment haben, nämlich drittstärkste Kraft zu sein. Jetzt vor den Landtagswahlen müssen die ja sowohl in Nordrhein-Westfalen wie auch in Schleswig-Holstein darum bangen, überhaupt in die Landtage einzuziehen. In beiden Landtagen sind sie im Moment nicht drin. Und ich denke, die Linke hat das Problem, dass nicht wirklich klar ist, wollen sie regieren oder wollen sie nicht regieren. Die Führung sagt zwar, wir wollen regieren, aber den Leuten ist auch klar, dass solange es bei den Linken nicht jemanden gibt, wie ehedem bei den Grünen Joschka Fischer, der die Partei auch auf einen realpolitischen Kurs bringt, solange wird das nichts werden und Sarah Wagenknecht ist dafür sicherlich nicht die richtige Führungsfigur. Aber es macht so ein bisschen Druck in Richtung SPD, die muss sich ja entscheiden, das hat sie schon relativ früh gesagt, jetzt auch. Also das Angebot ist ja schon sehr offen und sehr, ja fast schon warmherzig formuliert, oder? Ja, also das ist, wobei das ja so ein Spielchen ist zwischen Sozialdemokraten und Linkspartei. Es gibt diese theoretische Option von Rot-Rot-Grün in Deutschland. Die Linke sagt, da muss sich die SPD aber verändern und die SPD sagt, da muss sich die Linke aber verändern. Und gerade bei Sarah Wagenknecht ist das Angebot einfach sehr vergiftet, weil sie ganz genau weiß, dass sie in bestimmten Dingen überhaupt keinen Kompromiss macht und Dinge durchsetzen möchte, was die Privatisierung von, was die Verstaatlichung von Banken angeht und was den Rückzug von Deutschland bei allen internationalen Verantwortungen angeht. Das sind Punkte, die die SPD als staatstragende Partei niemals mitmachen würde. Ja, also ist das doch nicht so warmherzig, zumindest nicht von allen bei der Linkspartei. Ja, wir müssen noch über ein Thema reden, was uns in diesen Tagen extrem beschäftigt. Hätte man gar nicht gedacht, dass es dann so kracht in Berlin, nämlich Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin und die Skandale bei der Bundeswehr. Sie waren gestern bei diesem Termin, der ja irgendwie doch dann geheimer und abgeschirmter gehalten wurde, als sich von der Leyen mit den 100 Führungskräften getroffen hat. Was ist dabei eigentlich wirklich rausgekommen? Es gab hinterher so ein, naja, es gab hinterher ein Briefing, wo bestimmte Teile unter zwei gesetzt wurde. Das heißt also, dass klar ist, wer da gesprochen hat. Diese 100 Generäle und Admirale, die sich mit der Verteidigungsministerin getroffen haben, die haben dem Vernehmen nach sehr offen miteinander geredet. Man hat wohl auch sehr offen selbstkritisch miteinander geredet, ob das, was die Bundeswehr so unter Chorgeist versteht, wirklich angemessen ist. Weil unter dem Stichwort Chorgeist ganz offensichtlich eben auch Schikane passiert, sexuelle Übergriffe und niemand meldet es weiter, weil man tut es ja nicht, man beschmutzt ja nicht sein eigenes Nest. Und Teil des falsch verstandenen Chorgeistes, was ja jetzt auch die Bundeswehrführung genauso formuliert, sind ganz offensichtlich auch rechtsradikale Tendenzen, wie wir sie eben in diesem Skandal um Franco A. sehen. Und da ist der Bundeswehrführung inzwischen klar, da muss auf jeden Fall aufgeräumt werden und da müssen Konsequenzen folgen. Und auch über die hat man gesprochen. Also beispielsweise soll jetzt eine Untersuchung eingeleitet werden. Es gibt eine Ermittlung gegen die Leute, die die Masterarbeit des Soldaten Franco A. nachgeguckt haben, in der ja eindeutig völkische Tendenzen waren. Und das Problem ist, dass diese völkischen Tendenzen nicht weitergemeldet worden sind mit dem fadenscheinigen Argument, man wolle dem Mann seine Karriere nicht zerstören. Also das ist beispielsweise ein Punkt. Und man will eben auch an die Reform der inneren Führung gehen, also da diese Strukturen neu und besser aufstellen. Ja, Sie haben ja die Bundesverteidigungsministerin dann erlebt, auch wenn Sie die Dinge, die unter zwei sozusagen gesetzt sind, nicht erzählen können. Aber was merkt man ihr eigentlich gerade an? Es gibt ja den Vorwurf, sie würde eine Show fahren. Also die Verteidigungsministerin habe ich gestern nicht erlebt. Sie hat sich der Presse selber nicht gestellt. Sie hat ja auch ursprünglich einen Fototermin angesetzt, um Auftaktbilder fürs Fernsehen und auch für die Zeitungen zu machen. Den hat sie wieder abgesetzt. Den hat sie sicherlich auch deshalb wieder abgesetzt, weil ja sehr viel Kritik an ihr gekommen war, dass sie in die Kaserne nach Illkirch, wo Franco A. stationiert war, so viel Presse mitgenommen hatte. Das ist bei von der Leyen immer ein Problem, weil man kennt bei ihr ja diese Taktik, dass wenn sie ein Problem hat, vor allen Dingen medial in die Offensive geht. Das hat sie in Illkirch auch gemacht, wie früher sie das schon als Familien- und als Arbeitsministerin gemacht hat. Und es war sicherlich auch nicht falsch, dass sie die Presse mitgenommen hat, weil das öffentliche Interesse ja unglaublich groß ist an diesem Fall. Aber da sie eben schon unheimlich oft diese Mechanismen gezeigt hat, kam die Kritik an ihr. Und deshalb hat sie gestern das total heruntergefahren. Und ich glaube sogar, dass das die richtige Entscheidung war, weil es geht ja jetzt wirklich nicht darum, wie klärt die Ministerin auf, sondern es geht darum, dass sie aufklärt. Und ich glaube da auch, dass in diesem Punkt nicht die Ministerin das Problem ist, sondern wirklich das größere Problem, die Strukturen in der Bundeswehr. Und was man ihr vielleicht vorwerfen kann, ist, dass sie ja einen sehr kleinen, engen Führungszirkel um sich herum hat und dass deshalb vielleicht nicht genug der Probleme, die es in der Bundeswehr gibt, an sie herandringen. Und da muss sie sich sicherlich noch stärker öffnen und noch mehr dafür sorgen, dass die Probleme von unten auch nach oben weitertransportiert werden. Kurz noch zum Schluss, Kritik wissen wir, wie gefährdet ist sie? Denn man merkt ja jetzt selbst von der SPD, kommt nicht gerade Liebe für sie rüber. Aber die SPD hat ja auch noch eine Menge Rechnungen mit ihr offen. Und ich finde ehrlich gesagt, dass die SPD an ein paar Punkten auch überzieht. Wenn die sich jetzt hinstellen und sagen, dass zum Beispiel, also wenn sie jetzt die Kritik, die von der Leyen an der Bundeswehr geäußert hat, kritisieren, ja, sie hätte das im Ton anders machen können, aber dass sie die Probleme offenlegt, das ist doch richtig. Und dass man jetzt auch sagt, der Altmaier ist schuld, dass der MAD nicht tätig geworden ist. Also der MAD, der militärische Abschirmdienst, ist sicherlich nicht dafür zuständig, Masterarbeiten von den Soldaten zu überprüfen. Das kann der natürlich nur machen, wer da Hinweise kriegt. Das heißt, das Problem liegt bei den Vorgesetzten von Franco A. Das heißt, in der mittleren Führungsebene der Bundeswehr liegt das Problem. Und da wird man aufräumen müssen. Eva Quattbeck, vielen Dank für dieses Hintergrundgespräch am Morgen. Danke nach Berlin. Danke Ihnen.